Bundesinnenministerin Faeser hat am Morgen eine weitere rechtsextremistische Vereinigung namens Artgemeinschaft verboten. Wie das Ministerium mitteilte, durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei am Morgen 26 Wohnungen von 39 Vereinsmitgliedern und Räume des Vereins in zwölf Bundesländern. Die Gruppe bezeichnet sich selbst als germanische Glaubensgemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung und ist eine sektenähnliche, religiös-völkische, antichristliche und rechtsextreme Organisation mit bundesweit etwa 150 Mitgliedern.